Salü Leute, wir haben wieder einen Hefezopf gebacken, diesmal mit Schokolade und Nüssen und etwas Datteln mit drin. Der sieht dann so aus, richtig gehaltvoll, mit Schokostücken drin und Nussmandeln haben wir drin, Datteln wie gesagt und viel, viel dunkle Schokolade. Die Zutaten für den Schokoladen-Nuss-Hefe-Zopf sind Dinkelvollkornmehl, lauwarme Milch oder Pflanzenmilch, das ist jetzt so eine Soja-Vanilie-Milch, nehme ich sehr, sehr gerne. Hefe, frische Hefe oder Trockenhefe ist einfach nur ein Arbeitsschritt, weniger, wenn man mit trockenen arbeitet, etwas Zucker, Vanille gemahlen, Schokolade ist dunkle Kuvertüre, 75 Prozent, Mandeln, ich habe es so ein bisschen ergänzt mit Cashew-Kern, das passt immer auch ganz gut, gerade wenn man, ich hatte jetzt nicht genug Mandeln im Haus, so 25 Gramm haben mir gefehlt, Datteln, damit wir einfach weniger Zucker nehmen müssen, auch sehr gesund natürlich, dann Butter oder Margarine und das war's. Da wir frische Hefe haben, starten wir mit dem Vorteig, das heißt wir müssen die Pflanzenmilch lauwarme Wärme oder die Milch, je nachdem was ihr verwendet, dann macht ihr beim Mehl, hier unser schönes Dinkelvollkornmehl, machen wir eine Kuhle rein, da kommt die lauwarme Pflanzenmilch oder Milch hinein, ich lasse noch ein bisschen über zum Einpinseln, habe ich auch mit einkalkuliert, dann kommt die frische Hefe, so bröckeln wir hinein, wir machen etwas Zucker drauf, das fördert noch, dass die Hefe noch besser arbeiten kann, steuern das mit so ein bisschen Mehl ab, sauberes Tuch drauf und circa eine halbe Stunde gehen lassen. So, halbe Stunde ist rum, man sieht das, wie schön die Hefe gearbeitet hat, so soll das sein und jetzt wird das Ganze erstmal verarbeitet, aus der Mitte heraus zusammengerührt, im Prinzip. Wir müssen erst das Mehl und die Milch verarbeiten, bevor wir weitere Zutaten rein machen. Also, wie gesagt, ihr könnt natürlich mit dem Knie tanken beigehen, dann ist das einfacher, ich zeige es ja gerne mal, wie es manuell geht, wie man das früher mal gemacht hat, dafür muss ich jetzt auf die Arbeitsplatte, das heißt, mit Mehl einstäuben. Und, ne, das ist natürlich alles mit, nichts umkommen lassen. Und erstmal zusammenkneten. Und lassen jetzt den Teig erstmal wieder eine Viertelstunde zusammenkneten, Schüssel rein, Deckel drauf, also Tuch drauf und wieder eine Viertelstunde ruhen lassen. So, der Teig hat sich wieder geruht, kommt wieder etwas Mehl auf die Arbeitsfläche, jetzt sieht man das, er ist wieder locker geworden, jetzt können wir halt eben weiter verarbeiten. Auch hier erstmal wieder etwas Dinkelmehl drauf, Muldenform ist immer am besten, jetzt kommt das Fett hinein, die Butter, geben auch schon mal Zucker hinein, braucht nicht die ganze Menge, weil auch Datteln damit reinkommen. Und die Vanille, die lassen wir schon verarbeiten. Erstmal kneten wieder. Mit der Knetmaschine ganz einfach, dann wieder einfach alles mit den Kniethaken verkleben. So, schön wieder alles verarbeitet, gibt es wieder eine coole, ein bisschen aus, man kann die noch ausrollen ein Stück. Das ist halt Handarbeit, Handarbeit ist halt immer etwas anders. So, die Datteln rein, Nüsse und Schokolade. Gut zuschlagen. Wieder Mehl drauf und weiter zerklicken. So, wir haben hier jetzt schön verarbeitet, erinnert fast an Lebkuchen in der Optik, halt die Menge dunkle Schokolade. Das Dinkelvollkornmehl ist ja auch vom Grundsatz her ein dunkles Mehl. Jetzt drehen wir den ein bisschen auf, äh, rollen den ein bisschen aus. So, schneiden wir ihn ungefähr drei Stücke. Wir machen, wir wollen ja einen Zopf machen, wir machen die einfache Form des Topfes, das heißt, ein Dreierzopf aus drei Teilen. So, na schön, hier sieht man es gut, alles gut verarbeitet, so sollte es sein. Ja, manchmal es geht, auch mit Handarbeit. Etwas Mehl drauf. Und mindestens eine Viertelstunde, besser eine halbe Stunde, jetzt wieder ruhen lassen. Der Teig hat jetzt nochmal geruht. Jetzt geht der natürlich nicht mehr so stark auf, das hängt immer mit der Butter oder Margarine zusammen. Deswegen kommt die auch später hinzu, damit das einfach besser, luftiger wird. Von Grundmaß her ist das ja ein Brioche, ein Butterbrioche, muss man das so sagen. Okay, jetzt rollen wir die drei Stränge aus. Mal gucken, wir haben ein paar Nüßchen zu verlieren, dass wir sie wieder mitnehmen. Einfach reinstecken. Ist schon reichlich was drin, aber ich finde das ganz lecker. Sonst ist das so langweilig. Wie gesagt, erinnere mich wirklich immer noch eher an Liebkuchen von der Optik, obwohl er gar kein Zint mehr drin ist. Wichtig ist jetzt, dass wir die Stränge, die wir ausrollen, dass sie ungefähr ein Niveau haben, in Länge und in Dicke. Damit der Zopf möglichst gleichmäßig wird. Die drei Teigrollen sind jetzt ungefähr gleich lang, ungefähr gleich dick. Und jetzt fechten wir halt hier einfach einen Zopf dazu. Erstmal hier zusammen machen. Das muss man auch noch ein bisschen andrücken, damit das klebt. Jetzt den ersten rüber. Geht natürlich schwieriger bei so einem gehaltvollen Nusszopf, wie wir das hier haben. Und jetzt immer noch immer den äußersten in die Mitte. Zum Ende einmal ein bisschen zusammen machen und wieder andrücken. Ein bisschen so korrigieren. Wenn man sieht, er reißt hier irgendwo. Ein bisschen gucken, das ist natürlich bei so gehaltvollen Zöpfen passiert das leichter, wie wenn man jetzt einen aus dem weißen Mehl machen würde. Gut, der kommt jetzt auf das Backfleisch. Der Schokonusstopf wird jetzt wieder abgedeckt mit dem sauberen Tuch und dann wieder so 20 bis 30 Minuten ruhen lassen. Dann pünseln wir ihn ein und dann geht er in den Backofen. Der Hefezopf, wie man sieht, hat geruht. Jetzt ist er wieder ein bisschen aufgegangen. Jetzt pünseln wir ihn ein. In dem Fall hier mit unserer Sojapflanzenmilch. Ihr könnt auch mit Milch natürlich, klar. Oder halt mit Eigelb. Geht auch gut. Aber es ist nicht so vorringlich, sag ich mal. Wichtig ist irgendwas. Nehmen, einpinseln und gut. So, Backofen habe ich schon ab 180 Grad Umluft stehen. Und da geht er jetzt hinein. Unser Hefezopf, unser Schokonuss-Hefezopf. 35 Minuten war im Backofen bei 180 Grad. Das kommt immer auf dem Backofen an. Der ein oder andere Backofen wird auch 45 Minuten benötigen. So sieht er aus. Baumbutiert für den Teich. Euer Birko. Bis zum Backofen. Bis zum Backofen. Vielen Dank.